Hallo und willkommen zu der Rizcomicschule und, Entschuldigung, die Kamera wackelt, äh, gestern hatten wir Adam Kubert und heute gibt es sozusagen Andy Kubert, ähm, den Bruder, der jüngere, den jüngeren Bruder von Adam Kubert und sozusagen Adam Kubert war auf jeden Fall immer einer meiner liebsten. Andy Kubert, der wuchs etwas an mir, einfach mit der Zeit, weil er so viel Zeug gemacht hat und als dann die Qualität der Comics oder der X-Men sozusagen andere Zeichner, ähm, ich bin mir nicht sicher, was das hier ist zum Beispiel, ich glaube, hier hat dann, ähm, also hier ist noch Andy Kubert, Adam Kubert drin, aber ich glaube, Alan Davis oder wer zeichnet hier, ups, ähm, einfach, das hat mir dann nicht mehr so gut gefallen, irgendwann verfällt es und dann merkt man genau, ähm, wer zeichnet hier. Na, warum ist das so schwer? Joe Kelly, Erzähler, Inker. Gut, auf jeden Fall irgendwann, ähm, ich weiß nicht, Brian Hitch oder Alan Davis sozusagen zeichnet und dann merkte man erst oder dann merkte ich erst, wie gut ich es hatte in dieser Ära mit Adam Kubert und mit, ähm, sagen wir mal, Joe Maderera, den ich sehr gemocht habe. Das ist das nächste Video, Joe Maderera. Also immer wenn zum Beispiel Adam Kubert, Joe Maderera, ähm, auf den Covern und in den Comics war es, da schlug mein Herz höher und das ist für mich sozusagen auch die magische Ära gewesen, wo ich monatlich dann gesammelt habe, ähm, und wo dann die Liebe für das Comic oder Medium Comic ausgebaut wurde und ich dann aber auch gedacht habe, so, das wäre doch cool, wenn man eines Tages sozusagen Comiczeichner werden könnte, damals aber noch in feiter Ferne. Ich war einfach nur passioniert, ähm, und wir gucken uns jetzt ein paar, äh, Covers an. Schauen wir mal, gefangen hier in der Zeit ist es hier ein Andy Kubert. Das ist Joe Maderera, äh, Roger Cruz dann und dann später hier zeichnet Andy Kubert, der speziell auf jeden Fall seine Gesichter macht. Hier haben wir, genau, hier auch nochmal ein Cover für Legion Quest als sozusagen, ähm, Savers Stiefsohn in die Vergangenheit reist, um die Zeitlinie zu ändern und dann eben die Age of Apocalypse herbeiführt, ähm, hier Joe Maderera wieder, aber hier fange ich dann zum Beispiel an, ähm, Andy Kubert kennenzulernen und auch wenn ich so zu, na, jetzt wird es ein bisschen schwer mit dem Licht, auch wenn zum Beispiel, ich hoffe, man erkennt es gut, ähm, ich wusste noch nicht genau, wo man das einschätzen sollte, ich wusste allerdings Andy Kubert schon irgendwie ein Powerhouse, erzählungstechnisch war das schon cool, er hat mir auch sehr gut gefallen, nur zu der Zeit war ich eben sehr verwöhnt durch Joe Maderera, äh, Adam Kubert, äh, Roger Cruz hat da noch ziemlich, ziemlich cool gezeichnet und deswegen eher nicht einer meiner Favoriten, ähm, aber es waren eben viele Geschichten dabei und er hat eigentlich auch monatlich einen Titel gezeichnet, waren da nicht meine Liebsten, aber definitiv beeindruckend, vor allem im Nachhinein beeindruckend, weil man dann sozusagen wusste, was man vermisst, als die Zeichnungen und generell die Zeichner und die Geschichten schlechter wurden. Da wusste ich noch nicht, dass zum Beispiel so ein Gesicht oder zum Beispiel diese Hände oder insgesamt das Storytelling, ähm, doch ganz gut gewesen ist. Wie gesagt, das ist nicht einer meiner Favoriten, aber ich habe das zu dieser Zeit sehr genossen und wie gesagt, nach Adam Kubert wollte ich jetzt Andy nochmal zeigen, der doch auch sehr viel macht. Der Respekt wächst auf jeden Fall für den, sag ich mal, Body of Work, ähm, oder die geleistete Arbeit, die gezeichneten Comics, aber wie ihr hier seht zum Beispiel, ähm, ich bin Morph und sozusagen Creed von, ähm, und auch dieses ganze Team von Joe Maderira eben gewöhnt und verwöhnt. Ähm, ich denke, weil einfach die Proportionen anatomischen Proportionen und alles anatomische wirklich, wirklich sehr schön aussieht und dann irgendwie auch, ähm, nochmal eine Klasse drüber war. Wir kommen beim nächsten Video dazu, aber wenn er zum Beispiel Andy Kubert will, so wie mit Wild Childs Auge hier, ähm, oder eben mit Kitty Pryde, ähm, Shadowcat, dann glänzt er schon, aber es war für mich immer so ein bisschen, ich bin damit nicht ganz warm geworden. Allerdings habe ich lange, lange Zeit X-Men dann gesammelt und, ähm, von der Age of Apocalypse bis hin zu, ähm, der Onslautsaga war er dann immer dabei. Ich habe jetzt leider hier keine der Onslautsaga auf dem Tisch, aber wir kommen gleich noch zu großartigen Panels oder hier opfert sich zum Beispiel ein X-Man und, ähm, Quicksilver versucht noch hier rauszukommen. Genau. Welcher Teil möchte ich euch zeigen? Hier. Also, im ersten Teil Joe Maderira und hier sozusagen Andy Kubert und trotzdem auch bei solchen Panels wie hier, also auf jeden Fall total cool abgeliefert, ähm, sehr moody. Auf jeden Fall hat er schon auch einen so gewissen dunkleren oder düsteren Ton und ich weiß gar nicht, was kann man sagen im Gegensatz zu seinem Bruder oder zu anderen Zeichnern. Er hat schon so, ähm, nicht super cartoony, also der ist schon, ich weiß jetzt nicht, ob er sich hier ein bisschen in Richtung Capullo oder so lehnt, ob er da hier ein bisschen Spawn in der Hand hat oder was es sozusagen ist, aber solche Panels wärmen mich dann für ihn langsam auf und, ähm, ich gewöhne mich sozusagen an seine Gesichter, an seine Zeichnungen und auch dann, ähm, hängt natürlich auch vom Inker ab, ne, Scharfstellen. Doch nicht das Schlechteste, was jetzt auch nicht ein super Lob ist, aber Panels wie diese haben es dann auch wieder cool gemacht, wo dann zum Beispiel Fights sind, ähm, und solche Posen hat er irgendwie auch oft gehabt, also wo dann Leute immer mit dieser gebeugten Position nach unten, also Andy Kubert ist schon auch ein Spezialist für coole Posen und ich weiß jetzt nicht, ob ich diesen Panel mag, aber es hat durchaus noch unter den guten Zeichnern diese Ära dabei, denn ab und zu, muss ich sagen, waren auch, ähm, schlechtere Zeichner und, ja, wie gesagt, nicht alles perfekt, aber hin und wieder ist dann so ein Beat dabei, wo ich denke, okay, okay, langsam spüre ich, das ist ziemlich cool, Magneto guckt hoch, Apokalypse verwandelt sich in etwas irgendwie Riesengroßes und, wie gesagt, nicht, nicht jeder Panel ist sozusagen mega gut, aber hin und wieder trifft er den Beat und mit der Zeit wächst er so ein bisschen und das sieht gut aus und auch das hier, aber sozusagen kommt nicht ran an meine Lieblingszeichner wie, ähm, Chris Baccalow, vielleicht ist das aber auch eine Geschmackssache, also vielleicht, also entweder, das sieht tatsächlich aber gut aus, aber er kommt nicht ganz ran, also ich habe es auf jeden Fall eher so für Chris Baccalow gehabt oder Baccalow, ähm, Joe Maderira, Adam Kubert, ich weiß noch, wer, wer war noch ganz heiß und eher dann auch ein Riesenrespekt, aber es sind auch so, so Panels wie hier, das sieht schon ganz gut aus, aber ich fühle es nicht so richtig, nicht hundertprozentig und dann im nächsten Panel, äh, sieht aber Angel's Face schon wieder viel besser aus, ähm, und dann das, das sind sozusagen die typischen Andy-Kubert-Gesichter, ähm, man würde sagen, not exactly my cup of tea, aber mit der Zeit hat man sich dann ein bisschen dran gewöhnt, ähm, und insgesamt eine sehr gute Qualität, also ich glaube, da könnte man stolz sein, wenn man so eine Qualität abliefert, und ich denke, dass dann auch die erlebten Geschichten, ähm, mich dann aufgewärmt haben für den Künstler, wie ihr seht hier, trotzdem wunderschön gezeichnete Stadt sozusagen, diese Mönche sehen cool aus, Bischop sieht cool aus, und man gewöhnt sich dann sozusagen auch ein bisschen an den Stil und lernt ihn schätzen. Genau, und bei Andy-Kubert immer auch diese wunderschönen komischen Perspektiven, Kopf über, rechts, links, ich bin mir nicht sicher, ob das haben sicherlich auch die anderen gemacht, aber, ich werde in dieser Issue, na, hier nicht, ähm, hier, das ist ein wunderschönes Cover, durchaus, äh, bemerkenswert, also hier sozusagen, Held Magneto, Charles, Savior in den Armen, von den Geschichten her ging's, also viel Drama natürlich toll versucht zu erzählen, oder toll erzählt, aber, ich weiß jetzt nicht, ob die sozusagen noch, noch so gut, sich so gut gehalten haben mit der Zeit. Und hier dieses Splash-Page eher, naja, auch hier unten finde ich's eher ein bisschen mau. Ich hätte euch jetzt auch die komplette Glanzparade zeigen können, aber manchmal, und hier glänzt er dann eben im Storytelling, die Stadt brennt. Ähm, hier unten sozusagen sehen wir unter den Trümmern Charles, Savior in der Vergangenheit, und er kann ja noch gehen und dann diese coolen Perspektiven mit den Köpfen, ähm, durchaus zeichnet, äh, Andy Kubert schöne Frauen, aber eben auch schon sehr speziell, auch diese Gesichter. Und ich würde sagen, ähm, nicht so heiß wie zum Beispiel Adam Kubert oder die anderen, aber trotzdem habe ich's immer geschätzt. Ich weiß nicht, wie jung er war, als er damals angefangen hat zu zeichnen, ähm, aber definitiv beeindruckend der Workload, den er abgeliefert hat und auch die Qualität. Ihr seht auch so Panels wie hier unten, ähm, durchaus kann das durchgehen, da habe ich schon sehr viel schlechtere Sachen gesehen. Deswegen, man merkt eigentlich, wie verwöhnt man ist dann mit guten Zeichnungen oder mit gutem Artwork. Auch das hier, ich kann reinzoomen, das Gesicht sieht wirklich tatsächlich ganz gut aus und hier, ich weiß nicht mehr genau, wie diese Lady heißt, aber, äh, toller Panel von Charles Xavier, ähm, toll die Frau gezeichnet und auch insgesamt das Storytelling und die Kunst. Und ja, natürlich kommt's dann auch immer auf den Inker an, wer da gerade inkt. Aber hier eine ganz klassische, coole Seite, äh, in der Vergangenheit, die Schlacht über Israel. Storytechnisch jetzt erstmal egal, aber wie ihr seht, ähm, coole Hintergründe. Es wird da nicht gespart an der Arbeit. Das finde ich immer toll an den Kubert Brodern. Ähm, selbst wenn man hier und da vielleicht mal enttäuscht ist von irgendeiner Zeichnung, die nächste Zeichnung, also je nachdem, wie ihr diesen Kopf findet, ich finde den so, naja, aber die Ausführung ist natürlich schon super oder Apokalypse landet da in dieser Vergangenheit schon beeindruckend. Also hier auch diese Hand, wirklich cool, bekommt nicht jeder hin. Und dann hier der Fight über Haifa und den finde ich cool. Also das ist wirklich schön, schöne Dynamiken. Wie ihr sehen könnt hier diese Hand, ähm, also schon sehr cool, wie abgeliefert wird. Genau. Und ich möchte auch jetzt zum Ende kommen. Wie gesagt, ich hab das jetzt ein bisschen aus Respekt zu Andy Kubert gemacht, dass man auch weiß, dass er existiert. Vielleicht resoniert mit euch auch dieser Zeichenstil. Ein guter Lehrer, ähm, sollte seinen Schülern nie sagen, was gut oder schlecht ist. Es kann er sagen, aber manchmal sagt zum Beispiel ein Schüler, hey, ich finde das total cool. Ich resoniere damit. Auch hier, diese Sachen sind immer cool. Das gibt es auch in der Ornslautsage. Das ist auf jeden Fall so ein typisches Andy Kubert Ding. Immer diese Köpfe so komplett nach unten. Also die dramatisch, also von den dramatischen Punkten, ähm, ist natürlich Andy Kubert schon extrem cool. Da kann man sich schon was abschauen. Und, ja. Ich glaube, ich mache jetzt hier dann Schluss. Was gibt es hier noch? Hier eine Ausgabe, die ich eher geschrieben nicht so gut fand. Also da geht es irgendwie um nichts Interessantes. Aber definitiv beeindruckende Zeichnungen. Moment, gibt es irgendwas extrem cooles? Nicht in diesem Comic. Und das ist nicht Andy Kubert. Das ist nochmal Andy Kubert. Und hier hinten Gambit, Iceman und Rogue. Irgend so ein Love Triangle. Ich weiß jetzt nicht, wer der Inker hier ist. Hier sieht Andy Kubert ein bisschen komisch aus. Aber, ja. Durchaus viel Arbeit. Ich mache jetzt hier Schluss. Wir sehen uns. Und bis zum nächsten Video. Wir sehen uns.